Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge BAUSIMULAIDER, es ist mal wieder soweit, wir spielen mal wieder eine Runde BAUSIMULAIDER, ich hab richtig Bock, ich bin richtig hyped, ich lieb dieses Spiel einfach ohne Scheiß, ich hab einfach so Bock, na ohne Scheiß, ey, das ist so geil. Ah, übermotivierte Anmoderation, aber so muss das. 16. April, Liebherr DLC, der Trailer ist online und wir haben im Livestream letzte Woche, am Donnerstag glaube ich, haben wir erkundet, welche Fahrzeuge alle ins Spiel kommen. Es kommt ein Tele-Lader, ein Raupenlader, neuer Bagger, eine neue Raupe und ein Damper, ja, ich glaub das war alles, 5 Fahrzeuge, aber am 16. April ist es eh soweit, also alles entspannt. Ähm, ja, ansonsten müssen wir jetzt mit dem Investor sprechen, da ballern wir dann direkt mal mit unserem neuen Jeep hier hin, oder beziehungsweise mit unserem Ford Raptor, knallen wir dazu mal hin. Hätte ich gesagt. Und sprechen heute mit unserem Investor und starten dann dementsprechend auch mit dem neuen Auftrag, Freunde. Ja, hier ist Stau, den überspringen wir mal ganz gediegen hier. Halt, ah, wir müssen auf die andere Seite. Strandbad ist übrigens unser neuer Auftrag, also ein Schwimmbad wahrscheinlich. Da bin ich mal gespannt drauf. Es wird wahrscheinlich einiges mit Baggern, das heißt, wir werden wahrscheinlich den großen Bagger uns holen, also den Dusan. Oder, was auch, achso, wir müssen jetzt davor und dann da runterfahren, naja. Boah. Wahrscheinlich den Dusan. Baufläche ist auf jeden Fall gar nicht so groß, wie ich gedacht hab. So, hier ist die Zufahrt. Na, hier ist mal ein geiles Bild von unserem Pickup. Neue Baustelle. So. Dann quatschen wir den mal an. Let's go. Der ehemalige Stadtstrand. Heute kein besonders einladender Ort mehr, oder? Mir kam vor einigen Monaten die Idee, eine Oase der Ruhe zu schaffen. Eine Strandbar, in der die gut situierten Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt den Stress ihres Alltags hinter sich lassen können. Strandbar. Aber diese Strandbar ist nur das Pilotprojekt. Wenn das Konzept gut funktioniert, gehen wir auch in andere Städte und machen daraus ein Franchise. Franchise. Das ist ein zündender Name, aber bis zur Eröffnung ist ja noch etwas Zeit. Sobald die Bauplanung abgeschlossen ist, beginnst du bitte schnellstmöglich mit der Umsetzung. Strandbar, nicht Strandbad. Doch, Strandbad. Brä, keine Ahnung. So. Was müssen wir machen? Bereich ebnen. Und Schüttgüter abtransportieren. Alles klar. Das heißt... Raupe, Radlader, Muldenkipper... Alles her. Gut, Material hätte ich gesagt. Achso, haben wir hier schon Platz? Ne. Ich überlege, ob wir es wieder liefern lassen. Aber ich sehe jetzt hier noch gar keinen Platz dafür. Müssen wir mal gucken. Aber gut. Oh shit, 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 shit. Jetzt werden wir fast da runter gefahren. Aber gut. Das heißt für uns... Ebenen, Raupe auf jeden Fall. Alter, warum jumpt der da so weg? Materialentransport ist dann Muldenkipper und... Und Radlader. Am einfachsten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann werden wir auf jeden Fall einen großen Bagger brauchen. Denke ich mal. So. Den Radlader. Den könnten wir fast auf Achse runterfahren, ne? Jetzt fahren wir erstmal die Raube Rinder. Auf die neue Liebherraube freut mich auch schon richtig krass, ey. Das ist dann nochmal eine Nummer größer. Das ist ja jetzt die 724. Und das, was wir dann kriegen, ist die 756, wenn mich nicht alles täuscht. Die ist dann nochmal ein, zwei Nummern größer. Ähnlich wie dann die D8, schätze ich. Die wir ja von Cat schon hier haben. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das war's natürlich wichtig. Ne, was ist das für eine Steam 36, ne? Ist gar nicht die Steam 24. All echt, ne? Lul. Was macht denn der? So. Gut sein, wir ballern direkt mit der Raube los. Bevor wir jetzt hier noch irgendwas anderes herholen. Okay. Vielen Dank. Boah, ist schon saulaut hier gerade. Ich mach das mal ein bisschen leiser. So, zweite Durm. Oh, sehr laut für mich hier gerade, ey. Eieieiei. Ich sollte das Rauben schieben. Das Ebenen soll ja hier relativ schnell gehen, ne? Oh Gott, falsche Richtung. Wir werden eh alles zwei-, dreimal fahren. Bei einer Bahn, zwei Bahnen, 25%. Schauen wir mal. Können wir mal innen drin fahren. Man sieht zwar wenig, aber es sieht geil aus von innen. inherently. Ja? Nein. Ja? oxi. Oh. Ah, übrigens die Woche nur zwei Folgen Bausimulador, weil ich ein bisschen wenig Zeit habe, das Wochenende. Und gleichzeitig aber das neue Mars-Projekt startet im LS22 mit zwei Folgen. Und da werden wir dann, oder was heißt, da werden wir, da habe ich jetzt dann spontaner Reno entschieden, dass ich jeweils eine Folge Minibrun und eine Folge Bausimulador ausfallen lasse die Woche. Aber nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter mit drei Folgen plus drei Folgen Mars. Also wir haben nächste Woche einfach drei Folgen mehr als, die Woche hat sich ja nichts geendet vor der Folgenanzahl, aber nächste Woche machen wir drei Folgen mehr als sonst. Wer weiß bloß noch nicht, ob wir Mars 12 Uhr raushauen oder Mars um 18 Uhr. Das weiß ich noch nicht, da müssen wir mal gucken, wie wir das am dümmsten machen. Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, ich habe noch eine Leuteaunehmen, das literally ein bisschen vor. Ja, ich leuchte es dann. Und deine Woche debates schon, wir müssen dann slideём, ja. 退 Karl? Halloetzung dieser膩! Ich glaube, wir zerstören jetzt an。 Und dann kurz, das ist mal kurzx. P sab Nakita. nochmal 20 prozent irgendwie rausholen da würde ich sagen fahren als erstes mal hier die mittelwege ab einfach mit graben schild schauen dass wir vielleicht das hier gleich heute fertig schaffen dann können wir in der nächsten folge uns darum kümmern da wenn man es natürlich auch wieder mit entleeren einfach machen das kann ich auch schon mal sagen also wir werden das keinen auf dem aufstand machen und alles fein säuberlich zum ding hochfahren das wenn man sehr sicher nicht machen fläche diese zweite runde die wir jetzt fahren die können wir bestimmt auch geil mit dem grader machen aber ich bin nicht so ein großer grader fan erstens verstehe ich die im spiel überhaupt nicht so richtig weil eigentlich sein grader dafür da dass du auf eine bestimmte höhe wirklich auf zwei zentimeter genau abziehst aber ich glaube im spiel hat der grader er so die funktion von der raupe in schlecht wenn man es ganz einfach sieht deswegen machen wir es einfach mit der raupe mit der 10 mal schneller und ich bin einfach ein riesiger raupen fan ich lieb einfach raub diese power die raupen haben ist so geil das müssen wir noch gleich haben perfekt schütgut transport das heißt da ach da ist der materiallager platz gut schütgut transport heißt multenkimmer den fahren wir jetzt noch her den großen und dann den radlader den wir in der nächsten folge eventuell auf achse runterfahren oder geht er auf so einen kleinen tieflader das weiß ich jetzt gar nicht aber ich glaube schon so fahren wir schnell den tieflader den tieflader schon den das ding hier den multenkimmer runter und dann ist folge ende und in der nächsten folge kümmern wir uns darum dass der radlader in die in die auf die baustelle kommt und dann fahren wir den erdhaufen weg beziehungsweise entlernen halt immer wenn man wenn man jetzt wirklich alles einzeln zum kieswerk fahren würden im singleplayer fährst du dich da dumm und dämlich selbst wenn das macht man nicht wenn du so 45 leute hast und dann mit 323 oder 34 multenkimmern fährst einer radladert und vier fahren dann ist es was anderes aber wir machen es einfach so und entlernen das ganze einfach den drücken wir schon mal rückwärts nennen und dann haben wir auch mal wieder was für unseren jcb radlader zu tun das ist natürlich dann auch premium so gut dann würde ich nämlich sagen wenn sie gefallen hat leiden abonnieren kommen ihr wisst auf jeden fall bescheid morgen geht es weiter bis dahin peace out und ciao